Wir sind in die falsche Richtung unterwegs, Sir. Sollten wir nicht zurück zum Kampf? Es gibt noch genügend zu kämpfen, McTavish. Schön, dass Sie es aus Südamerika geschafft haben. Sie treffen sich mit der sechsten Flotte und führen den Gegenschlag an. Gefangener 627. Er ist der Grund dafür, dass Makarov durchgedreht ist. Aber wir können nicht zu ihm. Borinseln, Sir? Die Russen verwenden sie als Raketenstellung. Die Arbeiter sind ihre menschlichen Schilde, also können wir nicht einfach die ganze Plattform hochjagen. Und die hier ist noch am schwächsten verteidigt. Männer, ich weiß, ich verlange hier viel von Ihnen allen. Sie verteidigen sie, daher wollen wir sie. Besonders, wenn wir so an 627 rankommen. USS Chicago am DDS. Es kann losgehen. DDS-Hangar geflutet. Voller Druck. Einsatz beginnt. Transport von Team 1 unterwegs. Was geht ab, Freunde? Wir machen direkt weiter mit. Call of Duty MV2 2009. Boah, was ist das für eine krasse Mission, Bro. USS Dallas Sets Team 2 ein. Treffpunkt an Ziel. Hotel 6 bei 20 Metern Tiefe. Team 2 ist an Ziel. 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 Boah, ich bin für so eine Sneaky Mission, ne? Ich habe, ich liebe diese Sneaky Mission mit Shia Dampfer und alles, es ist so nice. Zwei Feinde erledigt, Sektion 1 Alpha, drücke zur Sektion 2 vor. Roger, Hotel 6. Wachsam bleiben, Leute. Sichtkontakt beim Geländer, Feuererlaubnis erteilt, Schalldämpfer einsetzen. Alles in Ordnung. Zivile Geiseln bei ihrer Position, Vorsicht beim Schießen. Roger, Team 1 wird stürmen. Oh shit, ich habe eine Geiseln getroffen. Ich muss erst mal kurz klar kommen damit. Zivile Geiseln bei ihrer Position, Vorsicht beim Schießen. Roger, Team 1 wird stürmen. So, kurz aufpassen. Sicher. Alles in Ordnung. Roger, Hotel 6. Team 2 wird sie sichern und evakuieren. Ab nach oben, die restlichen Zivilisten finden. Okay, ab nach oben. Kommando, wir rücken zu Deck 2 vor. Aria Tamal, nimm es hier. 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 Sektoren beobachten. Feindlicher Heli auf Patrouille, aufpassen, Hotel 6. Roger. Feindlicher Heli runter. Hotel 6, weitere Geiseln bei ihrer Position. Verstanden. Sicher. Sicher. Kommando, alle Geiseln auf Deck 2 gesichert. Ich glaube, wir kriegen Gesellschaft, Sir. Nun zu Plan B. Wir deponieren hier C4. Los. C4 platziert, Sir. Erhöhte Position beziehen. Wenn Sie den Köder erreichen, schlagen wir zu. Da ist die Patrouille. Nicht schießen, bis Sie näher sind. Vakuum. Verlegen Sie. Vakuum. Verlegen Sie. Plan B, los. Kommando, hier Hotel 6. Wir sind aufgeflogen. Verstanden. Es müssen auf dem Oberdeck noch weitere Geiseln und vielleicht Sprengsätze sein. Sie müssen den Standort sichern, bevor wir Verstärkung schicken können, die sich um die Raketenstellungen kümmert. Over. Roger. Roger. Vorderheil. Immer guckt Ihr Humblei-Landezone Bravo an. Wir sollen schnell das Oberdeck einnehmen, damit die Marines schicken können. Bewegung. Los. Aktivität. Bewegung. Granate. Bekommit. Bewegung. Roger. Termine. Diese Mission, ne? Die ist so krass. Erwischst. Du erwischst mich niemals, Kollege. Ey, was wollte ich jetzt sagen eigentlich? Ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Das wäre, habe ich so gesagt. Oh, was haben wir hier denn, schnackig? Geht der überhaupt? Geht der? Kontakt bei den Treibstoffbehältern. Hast Sie aufahnt. Viel neutralisiert. Verkörmisch. Feindlicher Heli. Entdeckung. Gut gemacht. Dankeschön. Wir müssen nach oben und alle weiteren Geiseln helfen, bevor wir die Marines rufen. Gut. 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 Aktivität registriert. Hast nicht Kontakt. Wechsel das Magazin. Groß! Kontakt bei dir auf zwölf Uhr! Roger. Schaffe ein Ziel. Ich wollte zurückschmeißen, aber ich habe die Tafel nicht gefunden. König schießen. Ich will ihn nicht. Höriger Boss. Diese Mission, die ist komplett krass. Kontakt auf zwölf Uhr! Roger. Zehn um fünf. Goof! Brücke vor! Verstattet! Oh, hier war eine krass Waffe. Ich bin hinter dem Stapel Munitionskissen. Kann nicht teuer. Kontakt bei dir auf vier Uhr. Haff ihn! Hier, bitteschön. Oh, mein Gott. Ich bin wirklich ein Lüppig, Bruder. Na los, die Geideln retten sich nicht von selbst. Oh nein, jetzt habe ich meinen Thermal nicht dabei. Oh mein Gott. Ziel erledigt. Ruf! Freie entdeckt bei der länglichen Rundenwandtonne. Ziel erfassen. Ziel erledigt. Auf 2 Uhr! Gehen Sie! So! Ziele bewegt sich! Kann ich schießen? Sie sehen nicht! Einfach ein bisschen raten Oh mein Gott, Digi! Oh! Das krasse ist glaube ich, ne? Die sehen ich auch! Oh shit! Oh shit! Irgendwo auf 2 Uhr ist einer Hier! Wir haben ein Ziel! Ja, Sie hoch! Los! Freitendeck bei der länglichen Hosenbündonne! Habt nicht Kontakt! Brauch Deckung! Geht los! Ziel bei dir auf 10 Uhr! Ziel neutralisiert! Sprengladung an den Türladen Wir greifen von beiden Seiten an! Mein Gott, das war wieder ne Geiselbrudi! Das war wieder ne Schei... Geisel! Ne Schei... Geiselbrudi! So! Oh, die AUG ist auch mal nice! Gute Arbeit, Hotel 6! Gute Arbeit, Hotel 6! Marines werden abgesetzt und übernehmen die Raketenstellungen! Team auf Phase 2 der Operation vorbereiten! Ende! Ander 2-2-2-4 Punisher! Wollen wir gesichert! Alle Sprengstoffteams haben Landesbeigabe! Oh, das war's ne! Krasse Müschen! Wir sind unterwegs zu Clan... ...Krasse Müschen! Happy Statusberichten! Phoenix 1-1 Panischer! Luftraum sicher! Wiederhole! Luftraum sicher! Unterwegs nach 2-4-0! Und näher durch den Ziel gesichert! Over! Panischer an alle Fliege bei Clan 4-3-2-5-5-2-0-2! Lokaler Luftraum ist gesichert! Wiederhole! Lokaler Luftraum ist gesichert! Vorrücken zum Zielgebiet auf Rute November 2! Panischer hier, Hunter! Ander 2-2 sichert die Raketenstellungen an der Silvesti-Ecke des Hauptdecks! Ander 2-3 rückt sofort vom Gebäude vor, um die Sprengsätze zu entschärfen! Panischer an alle Einsatzteams! Alle Raketenstellungen...